Kann ich dir helfen? Du bist ein Genie. Ich gehe zum Lebensmittelgeschäft. Ich gehe zum Lebensmittelgeschäft. Kannst du mir etwas Schinken bringen? Ich mag Gemüse nicht. Kann ich dir helfen? Du bist ein Genie. Ich gehe zum Lebensmittelgeschäft. Ich gehe zum Lebensmittelgeschäft. Kannst du mir etwas Schinken bringen? Kannst du mir etwas Schinken bringen? Ich mag Gemüse nicht. Ich mag Gemüse nicht. Ich mag Gemüse nicht. Ich esse stattdessen Früchte. Ich esse stattdessen Früchte. Ich werde mit dir kommen. Ich werde mit dir kommen. Ich möchte einkaufen gehen. Ich möchte einkaufen gehen. Ich möchte einkaufen gehen. Was ist das? Was ist das? Ich esse stattdessen Früchte. Ich esse stattdessen Früchte. Ich esse stattdessen Früchte. Ich werde mit dir kommen. Ich werde mit dir kommen. Ich möchte einkaufen gehen. Ich möchte einkaufen gehen. Ich möchte einkaufen gehen. Was brauchst du? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du bist, was sieiu- Yummy. Kann ich dir helfen? Du bist ein Genie. Ich gehe zum Lebensmittelgeschäft. Kannst du mir etwas Schinken bringen? Ich mag Gemüse nicht. Ich esse stattdessen Früchte. Ich werde mit dir kommen. Ich möchte einkaufen gehen. Was brauchst du? Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.